Und willkommen zu einer weiteren Folge Paragons Ozean. Ja, ich war die letzten Tage mit 1.8 beschäftigt. Macht Spaß, mal wieder in Vanilla zu spielen. Da werden auch ein paar Videos kommen, aber mit der Zeit. So, was wollten wir machen? Was wollten wir machen? Was wollten wir machen? Weiß ja schon gar nicht mehr. Ah, stimmt, wir brauchten noch drei von denen. Wir brauchten einen Weg Kupfer. Ganz viel Kupfer. Gut, haben wir hier Kupfer? Kupfer. Ein bisschen Kupfer, aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Ups. Ne, doch, richtig. Von Jupp kam natürlich keine Reaktion, war ja nicht anders zu erwarten. Einfach immer nur so ein Spam-Gedönse. Auch wenn es ihm ein paar Abonnenten brachte. Aber wenn wir so schon seine Abonnenten haben, macht ja keinen Spaß. So, der Rest kommt da wieder rein. Sortieren. Und bitte mehr Kupfer. Zwei Kupfer werden uns nicht reichen. So, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Müssen die Bäume erst wachsen. Dann wollte ich heute eigentlich den Hausbau in Angriff nehmen, aber das ist noch nicht fertig. Wir können mal gucken, was hier hinten los ist. Genau, das ist noch ein bisschen drin. Ist auch noch ein Kohleblock. Was? Ist jetzt weggeworfen. Ja, das geht noch. Ähm, Mr. Schleimball, bitte da rein. Dankeschön. Ein bisschen ausmisten hier. Hm, wir haben noch Bohnen wehen, oder? Ja. Viel wenigstens die Grundplattform jetzt schnell fertig haben. Fertig haben. Mensch. Ich bin noch nicht ganz wach. Gerade ist er aufgestanden. Na, das geht doch. Und 1,8 läuft performance-mäßig wirklich sehr gut. Ich kann das nur allen empfehlen. Ist bestimmt noch was drin. Nicht? Also raus. Na, oder nicht? Ein Setzling hätte ich trotzdem gerne. Puh. Aber schlimm, wie viel Brunnen wir den Mann mittlerweile brauchen. Die Äpfel lassen wir mal bei uns. So. 20 Holz. Damit sollten wir fertig werden. Äh, oder auch nicht. Ne, ist noch eine Doppelreihe. Na, brauchen wir noch ein bisschen. Können aber mal wieder ein bisschen Gummi sammeln. Haben wir hier noch immer so ein Free-Tab? Natürlich nicht. Äh, wie war das? So. Ah, ne, mit Stämmen, ne? Na, jetzt haben wir aber alle weggemacht. Äh. Komm, was soll's. Was, das geht nicht. Man kann's einschmelzen, dann kriegt man Tropenholz. Okay. Ja, was soll's. Komm. Ähm, platt machen. Und zu Käbelchen. Ah, da werden wir noch viel Kupfer brauchen. Aber das sollte ja mit der Zeit werden. So, ganz klasse hier. Auch noch genug drin. Und da ist ein Baum fertig. Yay. Machen wir uns vielleicht auch mal einen Chisel. Den benötigen wir. Ein paar Zeit, wenn ich heute ein bisschen ruhiger bin. Wie gesagt, noch nicht ganz wach. Wolltest du unbedingt mal wieder was haben? Ach so, es sind übrigens zwei neue Mods drin. Und zwar... Ja, einmal das, was ihr hier halt so seht. Den Chisel hatten wir schon. Extra Utilities ist drin. Sehr schön, ne? Was ist das meinte? Testbook? Keine Ahnung. Ähm, und... Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wir sind schon dran vorbei. ComputeCraft. Ja, auch wenn er noch nicht offiziell geupdatet hat. Wenn ihr also Ideen für irgendwas Neues habt... Weil mit Extra Utilities kann man viel machen, aber... So doll habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Es sind halt coole Pipes und sowas drin. Oder Generatoren. Hiermit eine Idee hat, wie man anfängt. Raus damit. Da haben wir hier mal Setzlinge. Ah, ich bin gewohnt, wenn sie die ganze Zeit auf dem Server rennen. Jetzt mache ich das hier natürlich auch. Das ist nicht gut. Und ich muss da hier auf dem Vanilla angeln. Und ich kann euch sagen, angeln, das dauert einfach. Das lassen wir hier am besten sein. Ein Schleim. Tschüss, Schleim. Na gut, fangen wir einfach mit den Chisels an. Dazu machen wir Sticks. Sticks haben wir. Und ein Eisenbarren. Ich glaube so. Ja. Und was kann dieser Chisel? Ja, der kann Blöcke chisseln. Das heißt, Muster rein gravieren. Und wir bauen mit Cobblestone. Na, die Sticks werden wir bestimmt schon brauchen. Ich weiß gar nicht, ob der sich so verbraucht. Wir sind nämlich Ich glaube diese. Nein, verbraucht sich nicht. Gut. Darin und daraus. Darin und daraus. So. Hier haben wir jetzt das Tropenholz. Wir haben ihn in die Kiste. Na, wobei. Solange es noch so geht. Ist mit 1,8 auch kompliziert geworden. Zäune herzustellen. Zwei haben wir noch. Können wir ein bisschen ergänzen. Ich möchte hier gerne rundherum mich haben. So, Zaun, Holz, äh, Zaun, frei, Holzblock und dann kommt hier unsere Mauer. Ich weiß gar nicht, wie weit wir das machen. Wir bauen es am besten meine Lieblingsform. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, warum machen wir zehn? Zaun, ein frei, Holzblock, kommt hier der Stamm. Ja, das geht. Gucken. Ja, das ist auf jeden Fall breit genug. Geh weg. Dankeschön. Ups. Das machen wir bei E1 kürzer. Ja, so reicht das. Äh, das war falsch. Oder? Block? Nein, das war richtig. Äh, eine Dreier-Tür. Ja, das geht schon. Kommen hier wieder Stämme. Sollt hoffentlich aufgehen ein bisschen. Zaun, frei, Holzblock, das. Zwischendurch auch noch ein paar Stämme. Wir werden sehen, wir brauchen viele Stämme. Okay. Habe ich das hier überhaupt richtig gemacht? Ich glaube nicht. Frei? Ja, okay, doch. Bauen wir halt schon mal ein bisschen wenigstens Muster vier waren das, glaube ich. Fünf, glaube ich. Ja. Perfekto. Perfekto mobile. Fünf, wir müssen gleich schlafen. Nein, nein, nein. Ach, hier kann ich ja mit R drücken. Zum Aufhüllen. Ja, ja, wieder ungewöhnen. Die Folge wird jetzt einfach mal ein bisschen länger und bauen wir einfach ein bisschen um das Haus rum. Zu erzählen habe ich gerade leider nichts. Das tut mir leid. Hätte ich vielleicht irgendwas vorbereiten müssen. Aber ihr könnt wie gehabt gerne irgendwas schreiben. Mod Mod-technisch. Philosoph-technisch. Also philosophisch. Vielleicht, dass wir irgendwas zum Reden haben. Ah. Gefällt mir das? Joa. Doch. Ist doch ganz hübsch. Wandeln wir die erstmal wieder zurück. Das ist gut am Schüssel. Man kann es wirklich immer hin und her. Finde ich super. Aber man braucht es auch nicht mehr arbeiten. Was macht ihr? Ihr könnt einen neuen Coldstone gebrauchen. Dann nehmen wir den, der hier drin ist. Also mal auffüllen hier. Zack. Zack. Na, da geht noch was. Da geht noch was. Aber wir haben keine Energie mehr. Mal wieder. Mal wieder, mal wieder. Ach, da haben wir ja noch. Überhol. So. Ich glaube drei gingen. Ich weiß es nicht genau. Ja, sieht gut aus. Raus. 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 Guckt mal. Das läuft doch schon automatisch hier. Das ist doch schon echt prima. Ein bisschen Kupfer haben wir auch wieder. Brauchen wir aber noch mehr. Der Kohlblock kommt da rein. Darum können wir jetzt eigentlich irgendwas mit dem Wind machen. Dank den neuen Mods. Ähm. Was? Oh. Oh. Ich habe den Metafirn ist drin. Na, das war zum Testen. Den muss ich wieder rausschmeißen. Da wir genug Industrie-Sachen haben. Brauchen wir sowas nicht. Brauchen wir sowas nicht. Etwa. Etwa. Etwa 15. Lass mal gucken bei den Kämpfen. Ja. 14. Na. Essen wir toll. Haben wir irgendetwas? Irgendetwas. Irgendetwas. Faulfleisch. Yay. Maden. Wir haben nichts zu essen. Das ist echt doof. Das wird mal so ein bisschen eher der sieben. Äh. Willst du dich auch mitnehmen? Dankeschön. Vielleicht trinken wir dann Weizensamen oder sowas. Das habe ich eigentlich mit dem Hölz gemacht. Reingeschmissen. Aber das brauche ich doch gleich. Während der Erde macht, sammeln wir hier unsere Bäumchen. Achso, Sniper-Elite schien nicht ganz an uns gekommen, aber wir machen trotzdem weiter. Wie gesagt, im Moment war halt 1.8 sehr wichtig. Könnt ihr die Folge auch gerne mal überspringen, weil ich am Anfang vermutlich kurz einsende oder so. Schreib einfach Baufolge. Dann wissen die Leute, was sie erwartet. Hatte ich hier was drin? Nein. Nein. Na, wie läuft's hier? Ja. Geht schon. Sollten wir uns auch einen zweiten hiervon machen? Seht vielleicht auch ganz gut. Die Grafiken immer noch nicht gemacht. Verzeiht. Ja. Ja. Rein, rein, rein. In den Ofen. Alles mit dem Glas nervt mich so ein bisschen. Muss dann Optif einlegen. So, drei Elke haben wir hier. Mal gucken, vielleicht kommt was Tolles raus. Ich glaube nur Steine. Ah, toll. Wir könnten hier was zu essen bekommen. Oh nein. Ganz ehrlich, wie schaffst du es hier zu spawnen? Wie schaffst du das? Gucken, ich nehme jetzt auch nur eine Folge auf. Für morgen bereite ich dann mal was vor. Damit wir viel zu reden haben. Können wir nicht Schleim essen? Im Moment essen wir auch Maden. Die sind ja mehr oder weniger das gleiche. Komm, es gibt mir irgendwie Sweet Samen oder sowas. Nicht Steine. Ja, wir haben einen. Jawoll. Wir haben keine Erde. Wie machen wir das jetzt so ein bisschen provisorisch? Ja, ein bisschen Bohnenmiel haben wir ja noch. Mal her, hier. So. Na, die ist gleich fertig. Können wir uns mal kurz eine Ho machen. Ho, ho, ho. Fröhliche Cobblestone. Ähm. So. Och. Irgendwie geht meine Maus, glaube ich, kaputt. Die klickt falsch. Ich weiß, das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber das habe ich im Vanilla auch. Also ich ständig irgendwie so falsches Zeugs klicke. So. So. Jetzt haben wir schon drei Felder. Kann das fröhlich wachsen, aber wir beschleunigen das kurz, weil wir verhungern. So. So. So, haben wir schon mal drei Weizen. Ach, mischen kann man das nicht. Oder kann man da keine Zeugs reinwerfen. Kann natürlich auch sein. Mit Weizen testen wir es nicht. Da genehmigen wir uns lieber ein leckeres Brot. So. Kann das erstmal fröhlich vor sich hin wachsen. Wir fällen nochmal die Bäume und dann machen wir Ende. Beziehungsweise setzen wir sie dann erstmal. Wie unser Grundgerüst steht. Die wachsen immer so komisch. Hallo Schleim. Tschüss Schleim. Okay, hätten die Herzchen fallen lassen. Ich glaube, die sind gut. Mal gucken, was die genau machen. Apfel. 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 Ich will ihn haben. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Nein, wir rennen trotzdem nicht. Wir setzen hier noch ein Setzling und dann gehen wir schlafen. Tum, 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 tum. Hüpf. Gute Nacht. Na. Zeit für eine zweite Folge habe ich leider auch nicht. Da gleich noch Besuch kommt. Und. So. Ach, genau das meine ich. Der macht immer einen Doppelklick. Ab, zwei vergessen. Hier bitte. Danke. So wird unser Haus dann später etwa aufgebaut. Falsch. So, denke ich. Falls uns da nichts hübsches einfällt. Gut. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zugucken. Schreibt, falls etwas ist, bitte in die Kommentare. Was ihr verstört, ihr über ein Thema reden wollt, ihr etwas interessant findet, ihr etwas nicht versteht, ihr etwas gebaut haben wollt oder, 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 oder. Bleibt in der Zeit immer schön Apfel essen. Was? Nein, äh, Bambus. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.